Wenn ich so zurück schaue, weiss ich noch am ersten Morgen, als ich aufgestanden bin und das Ganze losgegangen ist, habe ich schon gedacht. Puh! Und wie wäre es ein Sommerschaffen auf der Alp? Es ist so, wie ich es erwartet habe. Ein wenig strenger. Dank viel Alpromantik etwas, das noch viele reizt. Mit solchen Bildern fördere ich die Romantik natürlich auch etwas. Ich mache jetzt Feierabend. Wie ist es, den Bürojob mit dem Stallalltag zu tauschen? Ein Power-Näppchen fällt mir schon ein bisschen. Ein Abenteuer ausserhalter Comfortzone auf 2000 m über mich. Haha, wuuu! Es klingt wie der einfachste Jopper, weil das könnte ich ja auch. Ich weiss nicht, ob ich dir das zutrauen würde. Ich bin unterwegs auf die Bellalp, ob Brieg im Wallis für ein paar Tage. Also jetzt dürfen ihr nicht lachen, aber ich habe mich auch schon mit dem Gedanken ertappt, dass ich so gedacht habe, mal ein Sommer auf der Alp, das wäre doch schön. Komm, mach das doch einmal. Obwohl ich wirklich zu 100% unqualifiziert bin. Ähm, ja, die Alpromantik ist halt sehr ansteckend. Und um genau das geht es in dem Film. Wie romantisch ist es tatsächlich und wie sieht die Realität aus? Wir treffen Rafi und Beat. Sie sind das ja das erste Mal auf der Alp. Sie sind eigentlich aus einem ganz anderen Job. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie sie sich schlönen den Sommer. Und das ist ihr Arbeitsort den Sommer. Und kaum bin ich da, kann ich gleich wieder kehren. Gehen wir zu Fuss? Du nimmst es weg? Schon, oder? Ja, ja. Es ist Zeit, um die Kühe vom Feld zu holen. Gehen wir runter. Hier kommen die Zerben runter. Um es runterzuhalten. Das erste Learning kriege ich recht schnell serviert. Fit muss man sein, wenn man etwas effizient von A nach B will. Der andere da wie ein Berggeiss. Das Ding da drauf. Da schiessen wir das Ganze. Reicht hier oben. Bis gerade hoch. Und dann hier so schieren. Hier können sie theoretisch ein bisschen Gletscher hoch. Das mache ich jetzt aber natürlich nicht. Und dann hier oben durch. Bis hier oben. Rafi möchte etwas schiessen. Raphael. Hab dich wohl? Du siehst... Die Kreise geworden ist nichts. Die haben sie diesen Fleck aufgegeben. Aber die Einzelkinder sind ja sonst schon wieder dahin. Das war noch jedes Mal so. Und wie es dann halt manchmal ist, oder? Wenn alles gut läuft, dann kommen wir alle von allein. Dann haben wir tipptopp. Und wenn man irgendetwas schief läuft, dann kommt die andere auch noch. Und dann machst du irgendeinen Fehler dazu. Und dann plötzlich... Ja, nimmt es dich dann. Habt ihr das noch nie gelogen? Ähm... Hier so Mitte Sommer einmal. Ist es wirklich ein bisschen streng gewesen. Dann haben wir viel gemacht. Und man hat gemerkt, dass es sich so ansummiert. Aber wir haben uns nach der Tatsächlichen so einrichtet, dass sie für mich schauen. Und ich bin dann... Mal am Morgen habe ich einfach wirklich ausgeschlafen. Geschlafen, 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 geschlafen. Und... Ich habe morgens gegessen. Und wieder geschlafen. Und das war so wie ein Reboot. Und das ist, glaube ich, schon gut gewesen. Ja. Weisst du, überlegt man sich das, bevor man auf die Alp geht? Hey, schaffe ich das? Im Sinne von... Eben von der Arbeit... Weisst du, jeden Tag... Du schaffst jeden Tag. Du hast nicht frei während 100 Tage. Jeden Tag stößt um 4 Uhr auf. Ich meine, das ist... Mega belastend für den Körper. Nehme ich mal auch. Wenn man sich vielleicht ein bisschen daran gewöhnt. Weisst du, hast du nie überlegt, bevor du auf die Alp gekommen bist und sagst... Hm... Kann ich das? Soll ich das können? Hm... Natürlich tust du es überlegen. Aber ich denke... Das eine ist ein bisschen die Neuvität. Vielleicht ist es besser, dass man gar nicht alles zu tun weiss. Was auf einem zukommt. Nein, aber was man sich am meisten überlegt ist... Rein physisch kann man das schon machen. Wenn es mal die Sache ist, dann kann man beissen. Oder? Aber die grosse Frage ist halt, wie fest schlägt es auf die Moral durch? Dass du plötzlich den Kohl rüberkommst und dann einfach Metall nicht mehr machst. Der Beat ist auf dem Poudenhof aufgewachsen. Auch wenn er heute als Ingenieur arbeitet, kennt er sich aus wie einem Stall und ist auch auf der Alp, nicht ein kompletter Anfänger. Rafi ist sein Mitbewohner und guter Freund. Er ist ebenfalls Ingenieur von Beruf und hatte vor dem Sommer nicht viel Erfahrung auf so einem Betrieb. Zusammen mit zwei Käserinnen schmissen sie die Alp. Das ist sehr schön, das könnte jetzt aber schon sein. Preisgottel. Voll reiches Melken. Jawohl. Vor dem Alpaufzug ist er noch ein paar Tage in einer kurzen Lehre in einem Stall. Und der Rest ist Learning by Doing. Wie hier, wo rund 75 Kühe mit der Melkmaschine verbunden werden müssen. Nebenbei haben es noch Schweine und Hühne. Rafi, eigentlich ist das ja noch interessant. Du hast ja gar keinen Background in Landwirtschaft. Zero, oder? Keine aktive. Meine Grossaltern haben geburten. Also ich habe als Kind mitbekommen, aber aktive sehr wenig. Aber das ist ja der Witz an dieser ganzen Geschichte, oder auch an dieser ganzen Reportage. Ich meine, Leute haben sich gedacht, das wäre doch schön, mal ein bisschen zu bauen und so. Und du bist eigentlich genau der. Ich weiss, der Städter Ingenieur Kayaanik hat gesagt, komm, mach doch mal Bock, um zu bauen. Ja, also ich habe es schon, also im Vergleich zu anderen, glaube ich weiss ich, oder habe ich vorher schon gewusst, was Bauern ist. Ja. Das ist schon ein Unterschied. Ich bin dabei gewesen, als es am Morgen aufgestanden sind, früher. Ich habe das mitbekommen, was es heisst, jeden Tag nicht in die Ferien, kein Wochenende. Am Sonntag, als wir auf Besuch gegangen sind, musste die Arbeit gemacht sein. Ja. Genau. Ich wüsste, auf was ich mich einladen und jetzt bin ich hier, in der Mitte. Und? Ist geil. Genau. Also es ist so, wie ich es erwartet habe. Ein bisschen strenger. Ja, vielleicht ein bisschen strenger. Ja. Aber nichts. Das haben wir nicht schockiert. Schockiert jetzt mich. Hey, ich muss äh, gehen. Ja, ja. Ein bisschen abhängen, sonst auch. So, die Küssung morgen. Bis jetzt ist der Tag relativ problemlos, glimpflig verlaufen. Ähm, das ist, glaube ich, nicht immer so, wie mir Beete und Rafi gesagt haben. Mal schauen, was noch ansteht. Keine Ahnung. Ich merke schnell, auf der Alp gibt es immer etwas zu tun. So, komm einmal. Anscheinend ist ein Kalberswurm rumlaufen, wo es nicht sollte. Also, schau. Wir haben eine schöne Marge heute. Aber die brauchen wir jetzt. Ja. Freust du dich? Wir müssen noch zwei machen. Wir müssen schauen, woher das Kalb kommt und wem das gehört. Wir haben wirklich das Kalb. Bei den Galten haben wir ein Kalb, das eine Kuh nachlassen kann. Sicher. Das könnte eines von uns sein. Also, irgendjemand muss das schauen. Und dann, äh, der Bahnhobe, hast du ja gesehen, hat das Geissen, oder? Ja. Weisst du, das ist ein Problem. Ja. Die Geissen gehen mit den Hörner das Futter aufreissen und fressen das. Sprich, wir haben keine andere Wahl, als das heute Abend zu machen. Und das war alles. Ja, sehr geil. Ich würde sagen, du gehst den Hörner holen. Und ich mache zwei. Und dann machen wir möglichst schnell ein Futter holen. Und dann schauen wir zwischen drinnen einen Marsch. Ja. Wenn es so streng wird, wenn wir noch einen haben. Was ist jetzt für die Zeit? Ja, jetzt ist 6 Uhr. Das heisst, wir müssen eine halbe Stunde oben sein. Hast du eigentlich, Rafi, kein Problem damit, dass der Bier damals der Chef ist dahinter? Nein. Kein Mal. Nein, erstens macht ihr es gut. Und zweitens... Hört ihr auch, wenn ich weiss. Das ist balsam. Balsam für die Seele. Ja, also... Es macht Sinn. Macht schon Sinn, oder? Das mit den Geissen habe ich nicht gedacht. Das ist natürlich scheisse, oder? Das Kau wäre jetzt nicht so. Ja, komm. Und das Power-Näppli fehlt mir schon ein wenig heute, muss ich schon sagen. Morgen fehlt es dir. Morgen kommt es richtig darauf an, ja. Reiss. Also. Mit Rafi muss ich die Sachen schon ein wenig ausdiskutieren. Schon? Ja. Ja, er ist halt einfach... Schon ein wenig Ingenieur, die sicher sein, dass es die beste Lösung ist. Die optimalste. Wirklich? Ja, ja. Aber du. Ich diskutiere ja gerne. Ich komme ja vom gleichen Schlag. Ich bin ja auch Ingenieur. Ich habe es ja gelernt, mich zu verteidigen. Nein, schau dir mal. Ja. Jetzt muss ich schnell schotten runterlassen. Heute ist der Feierabend etwas später als sonst. Noch eine Frage ist noch offen. Ist ein Kalb auf die Welt gekommen und sie zwei haben es nicht gemerkt? Vom Bänkli ab dem Stall haben sie klare Sicht auf die Wiese mit den Kühen, die bald kalben. Sieben. Sieben. Ich sehe schon mal sieben. Hast du dich dahin gesehen? Eine Verluste ist eigentlich für mich, oder? Ganz links, die braun, die dockenbraun. Ja. Siehst du die? Und ist hinterher nicht noch eine? Ja. Zehn. Zehn. Sehr gut. Hat eine davon das Kalb dabei? Ich habe sie wieder verloren. Nein, verdammt. Dann jetzt einfach nein. Wir können es uns nicht mehr leisten, jetzt nicht mehr aufs Kalb zu holen. Ich fände es eher geil. Hä? Ich mache jetzt Feierabend. Nein, jetzt. Drei Monate zusammen zum Zweiten. Habt ihr nicht ein bisschen Angst um eure Freundschaft? Du schon? Nein. Nein, nicht Angst. Völlig nicht. Also Angst in meinem Sinne von... Wer weiss. Ich habe schon gedacht, dieser Typ kann mit irgendeinen Nerven. Aber irgendwie bringt das noch nicht hin, nein? Nein. Ja, es ist fest probiert, oder? Aber es ist wirklich nicht gegangen. Ich gebe mir schon Mühe. Ich glaube, wir sind auch zu alt, um aufeinander hässig zu sein. Wahrscheinlich. Oder zu müde. Zu müde. Nein, es gibt es natürlich schon. Du hast irgendeine Situation... Aber das ist so trivial. Keine Ahnung. Ich beginne, Oben durchzuholen. Ich beginne, Oben durchzuholen. Ich beginne, Oben durchzuholen. Weil er es eine bessere Idee findet. Wenn es vielleicht nicht so gut läuft. Und dann macht der andere noch irgendein Seich. Oder denkt er mit. Dann denke ich mir schon, komm jetzt. Gib dir noch einen Ruck. Ja. Aber wir sagen jetzt noch, dass ihr sehr schnell, wenn es uns etwas nicht passt. Jetzt haben wir wirklich noch nicht zustande gebracht. Ja. Oder schon? Nein. Morgen ist ja auch noch ein Tag. Ein wunderschöner guten Morgen. Oder Nacht. I don't know. Es ist knapp nach der Ferien am Morgen. Und das ist die Zeit, wenn die Erbler, jedenfalls unsere Erbler, Wir müssen aufstehen, um zu melken. Das ist nur der Grund, warum ich das nie machen will. Jeden Tag, ohne Ausnahme, drei Monate lang eine Führung auf, um die Kühe zu melken. Crazy. Mal schauen. Hallo. Am Morgen wird nicht gerade viel geredet hier im Stall. Die Älpler purzeln direkt aus dem Bett zum Melken. Den Kaffee gebe ich es erst später. Die ersten 30 Sekunden sind grausam, aber dann geht es. Man merkt immer wieder, da sind zwei Ingenieure am Werk. Überall wird ein wenig optimiert. Z.B. beim Melken. Eigenhandig haben sie eine App programmiert, um die Milchmenge von jeder Kuh zu notieren. Das gab es hier vorher nicht. Auch sonst haben sie hier und da Veränderungen gemacht. Z.B. haben sie alle Fenstergläser aus dem Stall entfernt, damit mehr Luft zirkuliert. Für die Bauern und die Besitzer der Kühe ist das speziell. Wenn sie nichts sagen, dann weiss man meistens nicht so recht, was sie da verhalten. Ich gehe davon aus, dass es okay ist, aber vielleicht nicht alle ganz so happy sind, dass wir das so machen. Früher ist es sich schon gewohnt, dass die Kühe warm haben, dass sie ja nicht kalt sind und ja keine Durchzug haben. Ich glaube, von dem sind wir ein wenig weggekommen, dass wir eher sagen, sie mögen das schon gut verleiden. Du glaubst das oder weisst das? Ich glaube das. Ich glaube das. Besten Wissens und Gewissens, oder wie man dem sagt. Nach dem Melken ist es Zeit, zum Kuh auf das Feld zu schicken. Damit sie ein wenig gerne kommen, ist hier jeden Morgen die Partystimmung. kann man nicht so viel sehen. Und wieder weg. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Stoppate, baby! Oh, 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 oh! Oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh. All right, all right, los, los! Beim Rausenlaufen fällt eine Kuh auf, die hinkt. Als Elbler sind sie verantwortlich dafür, dass es den Tieren gut geht. Und eben auch, um sie zu pflegen. Für das haben sie auch gewisse Medikamente. Aber zuerst müssen sie herausfinden, was hier das Problem ist. Ich hätte sie nicht gerne. Das funktioniert. Man könnte sie hier rein tun, oder? Ja, aber so rein, ja. Die Weide der Hinkenbeine. Das tun wir hier. Ja, das tun wir eigentlich nicht. Ja, das tun wir auch. Komm. Komm. Ja, wir lassen sie mal da drinnen, den Tag, und schauen, was wir durch. Und dann? Ja, vielleicht tun wir sie mal in Pedicure-Stand, in Klauen-Stand, um zu schauen, ob sie irgendeinen Stein oder so zwischen den Haufen hat. Ja. Oder ob es einfach vertrampt ist oder so. Sobald die Sonne aufgeht, da ist es Alpromantik pur. Und für sie ist es vier Stunden nach dem Aufstehen zum Zwergeln. Es hat sich nach zwei Monaten eine Rhythmusik gespielt. Ganz anders als seit den ersten Tagen, als die Bauern ihre Kühe abgehend und die Älpler plötzlich alleine waren. Ich glaube, ich kann mich schon noch so erinnern, als wir das erste Mal hier aufkommen sind. Wir haben es alleine gemacht. Alleine gemahlen, alles alleine fertig gemacht, dann aufkommen zum Morgen. Das war schon noch... Schon speziell, ja? Es braucht etwas am Anfang, ja. Da hatten wir schon ein bisschen Mühe gehabt, ja. Wir reden jetzt immer von Kuhnummern, und wir wissen doch, die Kuhnummern nicht. Wir wissen nur die Kuhnummern. Platt so und so. Wir reden jetzt von einer Kuhn so fargig. Ja, fargig. Hilf mir. Wo steht sie? Welche Nummer? Rot, grün, blau. Und für uns natürlich völlig bis 70 Kühe. Und dann noch 50 weitere Nämme. Leben tönt ihr beiden ein paar Minuten vom Stall entfernt. Für Alpverhältnis recht luxuriös. Abtäck-Käserei ist eine Wohnung für sie, recht modern und mit allem drum und dran. Ich kann schon abhalten, oder? Komm rein. Schon? Ja, ja. Eingangsbereich, das ist alles sehr pragmatisch eingerichtet. Also nicht... Es ist genug Komfort, aber es ist jetzt nicht Luxus oder schon. Küche mit entsprechend... Also was? Das ist nicht Luxus? So luxuriös wie Alp? Das stimmt. Nein. Nein, aber weisst du, es ist nicht ähm... Ähm... Wie sagt man immer? Es ist nicht ein Luxushotel an sich. Eben, wir haben Wäschmaschinen, wir haben Abwäschmaschinen. Das coolste für einen Alp ist wahrscheinlich schon eine funktionierende, gute Dusche. Ja, wo wirklich warm, respektive heisswetter kommt. Und das ist, mag man sich schon am Ende eines langen Tages. Soll ich schnell da reinstehen? Yes. Um die 1000 Liter Milch werden hier jeden Tag zu Käse gemacht. Und das Schmieren ist nur ein Punkt auf einer endlos scheinenden To-Do-Liste. Fangen wir an. Oh Scheisse, schau da. Auf eine Art. Hier haben wir eine Ohrchen Arbeit. Rein körperlich haben wir das schon gemerkt. Du merkst die Bewegungen, zum Beispiel hier, dass du mit dem Rücken oben durchlängst. das merkst du schon. Aber es war nicht unbedingt so schmerzhaft, sondern mehr in dem Sinne, dass du endlich wieder merkst, dass du etwas machst. Also ein gesundes Gespüren vom Körper. Während sie weiter mit dem Käse beschäftigt sind, trifft sie ihren Chef. Der Kassier der Alpgenossenschaft, der sie zwei eingestellt hat. Er ist sehr zufrieden mit ihnen. Hast du ihnen noch Fleisch unter? Oder was? Wir müssen nicht einfach mal abpassen. Und die Türen. Und das ist für sie zwei? Ja. So behalten wir die Leute gut? Das ist eine gute Arbeit, eine gute Sache. Ich habe eine Geschichte gehört, Anfang Saison war ein Artikel in einer Seite von einem Elbler, der abgehauen ist, weil das Zitat kein Bier da war. Aha. Und die Jungs erzählten, am Tag daraufhin hast du eine Kiste Bier aufgebracht. Einfach nur zum sicher sein. Das war ein Zufall. Ist das ein Zufall? Das war es. Das war das. Ja, das war es. Was machst du denn, damit sie glücklich sind? Das ist noch schwierig zu sagen. Aber ich probiere hier einmal in Güte in Richtung Selber. Ich meine, das hält einen schönen Stall, und eine anständige Wohnung. Dass wir mit den Leuten auch noch umgehen. Aber wir zeigen, dass man zufrieden ist. Das kann man ja auf verschiedene Arten machen. Aber wir können schon ein Bier bringen. Es sind auch schon Leute ihre Alpzeit abgebrochen. Von dem gehöre ich nicht das erste Mal, wer meine Recherche. Es ist halt nicht ohne, der Job da oben. Auch Beat und Raffi haben Tage, wo sie gar keinen Bock haben und lieber einfach im Bett liegen bleiben. Aber das geht halt nicht. Dafür gibt es auch ein Mittagsschlaf. Ein Strohbett oder ein Heubett. Ein Infinity-Bett, könnte man auch noch sagen. Das ist eine der wenigen Pausen, die sie sich gönnen am Tag. So sind sie die ganze Zeit auf Achse. Von morgen um 4 Uhr bis abends um 6 Uhr, 7 Uhr. Freizeit haben sie da wenig. Wir haben alle ein kleines Schläfchen gemacht. Wenn man so früh auf muss, ist das glaube ich nicht ungesund. Ich glaube, die Jungs sind auch schon auf. Und jetzt ist es glaube ich schon Zeit, um richtig aufwärts zu gehen und die Kühe holen. Damit sie wieder gemolken werden können. Ich habe langsam den Dreh draussen da, so wie es funktioniert auf der Alpen. Ja, schau mal! Jetzt haben wir zusammen! Das sind eben die Wohlerzogenen. Die kommen von selben. Ja, das sind meine. Wie lange hat das gebraucht, bis du sie kennengelernt hast? Kühe oder Turt? Beides. Schon beides neu für dich. Kühe. Kühe, das ist so wie wahrscheinlich die Lehrer in der Schule. Problemfall können schnell. Problemfall können schnell. Ja, das sind es dir in die Hände. Und wahrscheinlich, ich glaube, die Einzelkinder sind wieder haupt. Höch. Eins, zwei, drei, vier. Hei-jaa-hopp! Wupp! 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 Hei-jaa-hopp! Ich soll das WhatsApp lesen. Eine rote, acht gelbe, sechs blaue. Eine rote, acht gelbe, sechs blaue. Es sind jeweils ein paar Kilometer, die man hier macht. Da würde ich aber noch fehlen. Da überlegt man sich gut, ob man alle Kühe hat, um nicht zweimal säkeln zu lassen. Vor allem bei Regen, Nebeln oder Hageln. Alles ist schon passiert, aber die Schiefung ist anders. Ich sehe nur etwa zehn. Und es müsste jetzt sein... ...15. Würde die Fünf fehlen? Ich kann mir fast nicht glauben. Die sind sicher schon unterwegs. Die Einzelkinder habe ich, ja. Und sie laufen sogar, ja. Weiter. Tschau! Ah, ich könnte das doch noch sein. Das darf ich noch einmal ausrücken. Wenn man meine Frisur ansieht, es war streng. Es ist nur der Wind. Es ist der Wind, nicht streng. Für dich vielleicht nicht, du bist das Boot, aber... Lüftig. Lüftig. Ich bin auch gespannt, ob wir alle haben. Und ich bin auch gespannt. Haha, wuuu! Etwas, was für beide sehr cool ist an diesem Job. Man sehe sofort die Resultate der Arbeit. In ihrem normalen Job als Ingenieur ist das gar nicht so. Deshalb auch das Time Out. Weit weg vom Alltag. Geschafft, aber wir haben es geschafft. Es war doch noch ein ereignisreicher Tag. Es geht einfach immer wieder etwas. Du hast das Gefühl, ja, ja, kurzer Tag. Kurzer Tag hat nichts Spezielles. Schon im Griff. Und dann wird es aber gleich wieder lang. Das ist halt schon so. Aber, also ich weiss, es ist noch ein bisschen zu früh für eine Bilanz. Es ist jetzt zwei von drei Monaten. Aber wie lange der Zug auf die Zeit? 9 von 10. 9 von 10. Ich würde jetzt eher sagen, ein bisschen... ...gestolz, dass wir es bis jetzt gut angebrungen haben. Und keinen Streit hatten in der Neue. Sehr viel Ehrfurcht. Wir haben das Glück ein bisschen erzwungen, dass wir uns ausgewählt haben und uns vorbereitet haben und uns angeschaut haben. Das kann man ja schon sagen. Ja, das sagt er ja auch immer alle. Ja, da kommst du dann auf die Welt. Ja, aber... Wir haben es ja gesucht. Also ich habe es schon ein bisschen gesucht. Ich habe nicht, ähm... Dass es auf die Welt kommt. Ich wollte nicht auf die Heidi-Aub gehen, 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 streicheln. Wenn ich so zurück schaue, weiss ich noch am ersten Morgen, wo ich aufgestanden bin, und das Ganze losgegangen ist, habe ich schon so gedacht. Puff! Kommt das gut? Ja. 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 Es ist gegangen. Ja. Ja. Tatsächlich, ja. Am Tag darauf sind die Kühe schon auf und vor bis sie im Stall angekommen. Die Monia, die Kuh, die gestern schon gehinkt hat, muss genauer untersucht werden. Im sogenannten Klauenstand. Eine Prozedur, die für alle Involvierten nicht gerade entspannend scheinen. Hopp! Hopp! Hey! So! Man merkt schon, du kuschelst aus hier. Ja, mega! Ich habe drei YouTube-Idees geschaut. Wirklich? Du findest einfach alles auf YouTube. Das ist so krass. Ich könnte einfach mal den Spray dran tun, aber... Und einfach nicht Metzger oder so? Ja. Oh, oh, oh. Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Ja. He? Kommt schon gut. He? Man lässt dich nachher gleich raus. Ja. Vorsichtig. Das sollte man schon sein. Und eben jetzt gerade so bei Klauen... Also ich habe halt keine Erfahrung von Beaten. Ja. Natürlich ein bisschen mehr, aber... Wissen wo die Grenzen sind, ist wichtig. Nicht etwas gut probieren zu machen, wo... wo man überhaupt nicht in den Griff hat. Das macht mir niemand mehr gefallen. Und weisst du, wie die Grenzen ist? Ich hoffe es. Ich hoffe es. Jetzt wird sie fein. Aber so überschätzen, selbst überschätzen wir jetzt nicht, dass wir das Gefühl haben, wir kennen das alles. Ja. Aber Achtung, sie kippen die. Ja, ja, ja. Nein, nicht einmal. Ich habe sie nicht abgebunden. Ich habe sie nicht abgebunden. Oh, warte, 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 warte. Nein, ich habe sie nicht abgebunden. So. Du hast sie da raus, dann schau ich da schnell vor. Schau an, wie happy sie jetzt ist. Leicht wie eine Prinzesschen. Erfolg. Heute verzichten Raffi und Beat auf den Mittagsschlaf. Sie haben beide eine bessere Idee bei dem schönen Wetter. Sie gehen gleich zum Fliegen. Es ist nicht so manchmal, wie wir uns erhofft haben. Ja. Aber man muss sich Zeit manchmal einfach nehmen. Soviel zum Thema Schokijob auf der Alp. Nein. Nein, nein. Ich merke schon, dass es kein Schokijob ist. Das glaube ich auch. Das sehe ich auch auch. Weisst du? Wenn ich das merke, es ist ein Marathon und kein Spring, auf der Alp zu arbeiten. Oder? Jeden Tag aufstehen, jeden Tag, 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 oder? Schon, ja. Aber, wie soll ich sagen? Vielleicht ist es halt auch einfach, weil ich nur zwei, drei Tage bin und eigentlich nur zuschauen beim Arbeiten, dass es mir ein bisschen einfach überkommt. Auch wenn das ganze Händeln der Tiere und so, das wäre schon hart für mich, als dass ich mir das überhaupt nicht vorstellen könnte. Ich glaube schon, dass du den Umstand, dass du das nicht nur zwei, drei Tage machst, dann wirklich eine Woche, dann eine zweite Woche, dann eine dritte Woche, dann eine dritte Woche und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Ja. Dass das schon die Summe vom Ganzen einiges ausmacht. Also wirklich, du musst auch die Tauer zeigen und musst damit umgehen, dass es halt manchmal ein bisschen monoton ist am Morgen, dass du wieder das Gleiche machst und wieder das Gleiche machst und wieder und wieder. Und das braucht schon ein bisschen Ausdauer. Aber für uns ist es ja jetzt ein endliches Abenteuer. Das heisst, wir sehen irgendwie ein Ende. Und das lässt zu, dass wir die Monotonie geniessen können. Ja, ja. Hey, dann guten Flug euch zwei, gell? Ja, nein. Guten Flug. Bis nachher. 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 Und während sie in der Luft sind, ist für mich der Moment gekommen, um Tschüss zu sagen zu dieser Belle-Alpe. Es war schön, muss ich sagen. Die Romantik hat mich gecatcht. Aber natürlich, ich muss schon sagen, ich habe wirklich nur die schönsten Momente gesehen hier oben. Schönes Wetter. Ich musste eigentlich nur beim Arbeiten zuschauen und gar nicht gross selber arbeiten. Das macht es natürlich schon einfacher. Aber man muss schon sagen, und das sagen sie zwei auch, es ist eine privilegierte Alpe. Da hast du zum Beispiel die Wolfsthematik, die nicht so präsent ist. Oder auch das Thema der Trockenheit auf den Alpen, wo andere Alpen natürlich viel mehr davon betroffen sind. Und es ist modern hier. Es hat Wasser, es hat Strom. Logisch, mit einer Käserei brauchst du das heute. Aber das hat sie sich natürlich schon gescheit ausgewählt, um auf so einer Alp zu gehen. Und nicht einer, der irgendwo im hintersten Karacho ohne Strom und ohne Wasser ist. Aber das habe ich jetzt schon wirklich nochmal gelernt. Man darf es wirklich nicht unterschätzen. Ich finde, es ist schon krass die Verantwortung, die Arbeitsbelastung. Jeden Tag für 100 Tage am 4 Uhr morgens auf der Matte stehen. Und den ganzen Tag von einer Baustelle zur nächsten. Das ist schon noch eindrücklich. Und ich glaube, das darf man wirklich nicht unterschätzen, diese Arbeit. Hey, und was meinst du? Willst du gerne mal auf die Alpe gehen? Willst du dir zutrauen? Oder aber gar nicht? Schreib es mir in die Kommentare. Und schreib auch gerne Fragen an die zwei Jungs. Vielleicht können wir ja das noch im Q&A beantworten. Ja, und da auf der Seite haben wir dir noch ein paar Videos verlinkt. Zum Beispiel eins meiner Kollegin von Impact, die Michelle. Es ist da gerade ein Teil weiter gewesen, beim Aletschgletscher. Der liegt recht unter diesen wärmen Temperaturen. Und es hat rechte Konsequenzen. Und sie finden heraus, welche das sind. Klicken mal rein. Und Rack gibt es dort das nächste Mal wieder. Bis dann.